Brawl Stars Tipps und Tricks Part 4 Du kennst es vielleicht auch, du spielst einen sehr hohen Brawler in Showdown und willst wirklich nicht verlieren. Auf einmal triffst du einen anderen Spieler, mit dem du teamst, er hittet dich einmal an und killt dich dann letztendlich, obwohl du nur dachtest, dass er seine Ult auflädt. Damit dir das nicht nochmal passiert, ist hier ein wichtiger Tipp. Schießt euch am besten immer gegenseitig an, so bekommst du auch deine Ult und wirst am Ende nicht gekillt.